Werbung Ist Ihnen auch manchmal todlangweilig? Und Sie würden gern mal was Mordspannendes erleben? Dann kommt jetzt nur für Sie die Spieleempfehlung der Jenseits-Tourismusbehörde! Rollatorrennen! Rennstrecke fix aufgebaut Jeder schnappt sich eine Oma mit Rollator Schnell aufgezogen Und los geht's! Eine Mordsnaudi für Jung und Alt Rollatorrennen! Eine Spieleempfehlung der Jenseits-Tourismusbehörde Für manche Ziele ist man nie zu alt Alle elf Sekunden verliebt sich eine Seele im Jenseits Bleib auch du nicht länger allein Und komm in die größte Partnerbörse ever ever Wir haben für jeden Sarg sein Deckelchen Bei Paarstirk Und für Leichen mit Uniabschluss jetzt neu! Elite-Kadaver Für Tote mit Niveau Und wer mal ungewöhnliche Geschenke braucht Der schaut einfach im Shop des Todes auf meiner Homepage vorbei Da gibt's die DVD oder mein Buch Oder auch den Kühlschrankmagneten Ich mach's kalt Mein Favorit ist Feuerzeug mit Na komm, brauch doch noch eine Noch viel mehr Sensen-Scharfes Zeug Auf endlichtod.de Wir sehen uns So oder so